Ja, wenn Sie in den letzten drei Wochen mal bei uns reingeschaut haben, haben Sie festgestellt, dass wir einen Herbstsale haben, wie es ihn noch nie gegeben hat. Das erste Mal bei uns wollen wir unsere Lager, müssen wir unsere Lager leer räumen, damit wir die Weihnachtsartikel für Sie eben hier im Lager unterbringen können. Das heißt, wir räumen unsere Lager, geben die Artikel teilweise unter Einkaufspreis raus. Das ist Ihr Riesenvorteil, dass Sie da unglaubliche Schnäppchen machen können und der Erfolg gibt uns recht damit. Wir sind unglaublich ausgelastet mit Anrufen. Sie müssen vielleicht ein bisschen Geduld haben, wenn Sie anrufen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben hier eine Top Ten zusammengestellt von den noch verfügbaren Artikeln und wir fangen an mit Platz Nummer 10. Das ist die wahrscheinlich kleinste Heizung der Welt auf unserem Platz Nummer 10. Und ich muss nochmal sagen, also Ihr Erfolg oder Ihre Bestellung, die haben uns überwältigt. Nicht mit diesem wirklich wahnsinnigen Erfolg gerechnet und dafür ein herzliches Dankeschön. Aber Sie profitieren natürlich auch davon. Wie zum Beispiel von diesem Gerät. Da steckt man einfach dort, wo man ist, wo man es ein bisschen warm haben will, in die Steckdose und dann haben wir einen Keramik-Heizlüfter. Sie können sogar die Temperatur einstellen oder Timer und haben sofort warme Hände, warme Füße, je nachdem, wo Sie es platzieren. Einfacher kann es nicht gehen. Und wir haben gesagt, wir haben viele Preissensationen. Das ist eine davon. Ich habe so etwas ähnliche Geräte an anderer Stelle für 39,99 Euro gesehen und bei uns kostet knapp 24 Euro regulär. Aber jetzt schauen Sie mal, das ist kein Druckfehler. 5 Euro. Und so etwas habe ich noch nie erlebt. Die wahrscheinlich kleinste Heizung der Welt für Ihr persönliches Umfeld. Also wenn Ihnen jemand erzählen will, dass so ein kleiner Steckdosenheizlüfter ganze Wohnzimmer oder Wohnräume heizt. Nee, das funktioniert nicht. Aber wenn Sie morgens im Bad sind und Ihnen ist noch ein bisschen kalt, stecken Sie in die Steckdose. Wenn Sie beim Kaffee trinken sind, stecken Sie es in die Steckdose. Und wenn Sie im Büro kalte Füße haben, hat man sicher an der Fußleiste irgendwo eine Steckdose. Stecken Sie es rein oder kalte Hände beim Werken oder auch beim Arbeiten. Kann sehr unangenehm sein. Stecken Sie es in die Steckdose. Mit 500 Watt auch sehr, sehr wenig Energiebedarf. Ja, also da braucht man auch keine Angst haben. Und Sie werden auch sehen, wir haben das auch bei uns am Schreibtisch. Innerhalb von kürzester Zeit hat man diese Wärme, die man braucht. Viele nehmen sowas auch, um Räume auszustatten. Kleine Räume, sage ich jetzt mal, mit Heizung, wo keine sind. Zum Beispiel die Gästetoilette oder ähnliches. Da ist das auch perfekt. Und Sie sehen, Sie können sogar die Wunschtemperatur einstellen. Da ist auch noch ein Thermostat drin. Ein Timer ist drin. Also das ist perfekt und noch perfekter, wie ich heute finde, Ingo, ist der Preis. 5 Euro, das muss man sich mal vorstellen für einen Heizlüfter. Ein Heizlüfter, der Ihnen warme Luft gibt. Du hast den Preis vorhin angesprochen. Bei Pearl.de kostet der regulär tatsächlich 23 Euro. Wir haben hier mal eben, ich kann das gar nicht glauben, 18 Euro runtergenommen. Für Sie nur 5 Euro, den können Sie sichern, solange wir den noch im Bestand haben. Nur solange wir den noch im Bestand haben, wenn das Lager leer ist, dann können wir Ihnen den nicht mehr verkaufen, auch wenn wir wollen. Das heißt, Sie müssen jetzt zuschlagen. Ganz, ganz wichtig hier. Unser Platz Nummer 10, dieser Heizlüfter für 5 Euro. Ich finde das unglaublich. Er sieht auch noch toll aus. Schauen Sie sich diese tolle Oberfläche an. Also man braucht sich mit dem auch nicht zu verstecken. Schauen Sie bitte, dass er immer waagrecht drin ist. Senkrecht, Entschuldigung, nicht waagrecht, senkrecht. Aber man kann hinten das Steckdosenmodul, kann man auch drehen, falls mal die Steckdosen anders sind. Unten den Knopf drücken, aber macht nichts. Wir kriegen eine Bedienungsanleitung dazu. Und dann funktioniert das einwandfrei. Also 5 Euro, da sind Sie dabei, für die wahrscheinlich kleinste Heizung der Welt. Und wenn ich sowas sage, kann ich nur noch hinzufügen, ich habe noch nie in meinem Leben eine kleinere Heizung gesehen. 5 Euro. Diese Heizung kostet nur 5 Euro mit der Bestellnummer NX9585 und der 569. Wenn Sie was bestellen wollen, dann rufen Sie unsere gebührenfreie Telefonnummer an. Und wie gesagt, das Volumen unserer Anrufer ist im Moment sehr, sehr hoch. Vielleicht müssen Sie 2, 3 Minuten warten. Aber dann wird Ihnen natürlich gerne geholfen. Oder Sie gehen zu pearl.tv, bitte nicht pearl.de. Da gibt es den Preis nicht. Dieser Herbst-Sale, den gibt es nur bei uns, hier bei pearl.tv. Und Sie machen alles richtig, weil Sie jetzt hier zusehen und diese unglaublichen Schnäppchen sich sichern können. Das war unser Platz Nummer 10. Aber es geht auch gleich weiter mit Platz Nummer 9. Und da geht es um Stromes. Hier kommt jetzt Platz Nummer 9. Wir haben eine fantastische Powerstation, auch wieder zu einem nie dagewesenen Preis. Das ist einfach Ersatzenergie für USB-Geräte. Das können wir sagen. Geht aber weit darüber hinaus. Aber für mich wichtig ist, es geht niemals die Energie verloren. Sie sehen, das ist klein und handlich. Und wir sehen vorne USB-A- und USB-C-Anschlüsse. Übrigens hier bis zu 18 Watt, also sehr leistungsstark. Das Gerät an sich hat eine Speicherkapazität. Das geht nur, dass Sie meine Zahl hören, 22.500 Milliampere Stunden. Das heißt, ich kann hier so ein handelsübliches Handy um die zehnmal aufladen. Warum? Weil man nie von 0 auf 100, sondern meistens so von 20 auf 80, 90 lädt. So, und sollte der Strom mal leer sein, und das ist das Geniale, im Normalfall lädt man das natürlich an der Steckdose. Aber hier sehen wir diese Handkurbel. Und das ist jetzt mal wirklich Not am Mann. Und da schauen Sie mal. Hier können Sie durch Handarbeit, durch diese Kurbel, und wir sehen das auch am Füllstand, selber wieder Energie hinzufügen. Und zwar zielen Sie hier pro Minute Kurbel circa 5 Watt. Und das kann schon für Notstrom ausreichen. Also das ist wirklich nur ein Notfallprogramm. Im Normalfall lädt man es auf, nimmt es mit. Und dann hat man noch Zusatzoptionen. Hier einen richtigen Scheinwerfer, und wenn man mal Arbeitslicht will, sogar das ist in drei Stufen zuschaltbar. Also das ist wirklich gigantisch. Und gerade eine Powerbank in dieser Qualität, die findet man selten unter 50 Euro. Auch bei uns, bei Perl.de ist es drüber. Aber schauen Sie jetzt auf unseren Sale-Preis, auf unseren Herbst-Sale-Preis. Auch das ist wieder was, wo unglaublich günstig ist und bei dem Sie unglaublich viel Geld sparen. Und nicht nur für Camper. Ich denke jetzt auch mal an eine Radtour. Oder ich denke auch schon an den nächsten Sommer, wenn man vielleicht mal länger draußen ist. Und das ist einfach genial, dann Ersatzenergie zu haben. Wenn Sie jüngere Angehörige haben, da ist es noch wichtiger. Ich meine, wir Älteren, wir kriegen nicht gleich die Panikattache, wenn Ihr Handy leer geht. Aber okay, wir benutzen es auch. Aber die junge Generation. Diana, was passiert, wenn Dein Handy unter 20 Prozent geht? Katastrophe. Katastrophe. Und nicht nur Handy. Ich habe so viele USB-Geräte. Also ich brauche sowas absolut immer. Und mir gefällt das so klein. Und wirklich, das wird gar nichts. Das wird überall in meine Handtasche passen. Und ich glaube, das würde auch ein sehr, sehr gutes Geschenk für mich sein. Ach ja, ich habe recht. Das ist auch eine tolle Geschenkidee. Weihnachten ist ja gar nicht mehr so weit weg. Das können wir auch mal sagen. Und wenn Sie so jemanden kennen, der viele USB-Geräte hat und auch viel unterwegs ist. Ja, gerade wenn ich jetzt an meine Tochter denke, die fährt Ski, die ist Radfahren, die ist Klettern. Die ist immer draußen, aber irgendwann ist das Handy immer leer. Die ist auch immer am Fluchen dann. Sowas kann man im Rucksack mitnehmen. Und dann hat man wirklich genügend Ersatzenergie. Ich würde sagen, sogar wochenlang. Und vor allem, ich sage, ich übertreibe jetzt mal, aber selbst wenn man in einer Höhle wochenlang eingeschlossen wäre, hätte man immer noch Energie, weil man eben diese letzte Option hat mit dem Kurbeln. Ich wurde mal gefragt, wie lange muss ich kurbeln, um das zu füllen, bis es ganz voll ist. Dann habe ich gesagt, das ist gar nicht das Thema. Die Kurbel ist wirklich nur für den absoluten Notfall da. Und dann schließt man normalerweise ein USB-Gerät an und schaut, kurbelt so lange, bis wieder genügend Akku vorhanden ist. Oder wenn man Licht braucht, bis das Licht wieder leuchtet. Jetzt schauen wir auf Pearl.de, auf den regulären Preis. Da sind wir bei 52 Euro. Sie sparen 22 Euro bei uns im Herbstsail hier in dieser Herbstsail Special Top 10. Die Top 10 in unserem Herbstsail von noch verfügbaren Produkten. Diese Powerbank ist natürlich, diese Powerstation ist natürlich sehr, sehr beliebt. Auch da müssen sie schnell sein. Wenn das Lager leer ist, dann können wir das nicht mehr liefern. Die Bestellnummer, sage ich Ihnen noch, das ist die ZX 3267 und die 569. Ja, wir bleiben bei Strom, aber gehen mal ein bisschen hoch mit der Leistung und was das alles kann. Es kommt jetzt Platz Nummer 8. Ja, eine Powerbank ist schön, aber wie wäre es denn mit einer Powerbank, die Sie sogar für 230 Volt Geräte benutzen können? Ja, das haben wir hier. Also wirklich so einen Stromspeicher für kleine elektrische Geräte, den man mitnehmen kann. Auch der ist nicht viel schwerer als Vorgänger. Hier sind wir bei knapp zwei Kilo und wir haben natürlich auch wieder diese ganzen USB-Anschlüsse. Jetzt setzen wir nur in der Kapazität noch mal erheblich eins drauf und du darfst zurück mal anschalten. Ja, wir haben 75.000 Milliampere Stunden. Und da sehen wir auch gerade im Display, wie groß der Füllstand noch ist. Das ist toll. Und wir sehen die ganzen USB-Ladeanschlüsse. Auf der anderen Seite, hier haben wir auch einen Scheinwerfer. Ja, zeigen wir erst einen Scheinwerfer. Der ist auch mal ganz, ganz wichtig. Du hast jetzt so wie eine Handlampe, kannst du überall mitnehmen. Aber das, was wir auf der anderen Seite sehen, ist eben diese Ausnahmesituation. Hier können Sie mobil Geräte bis zu 100 Watt betreiben. Und das ist eine neue Freiheit, tragbar, überall ihn mitzunehmen, aber trotzdem die Möglichkeit, eben Kleingeräte, und so klein sind die gar nicht bis 100 Watt zu betreiben. Das können Ventilatoren, Luftkühler, Laptops, Musikanlagen oder, oder, oder sein. Und gleichzeitig können Sie auch natürlich die USB-Steckplätze nutzen, die Stromabgabe und auch die 12 Volt. Und hier sehen wir die ja noch mal beim Campen in ihrem Zelt. Und da werden Sie sehen, da ist einiges im Argen. Als erstes wird natürlich das Handy angeschlossen, das ist klar. Wäre eine mittlere Katastrophe. Ich möchte das jetzt noch mal ein bisschen relativieren, wenn ich sage, die Jungen brauchen nur Handys. Also ich habe mittlerweile auch sehr viele Sachen auf meinem Handy. Mein Flugticket, mein Banking ist drauf, die Kreditkartenlegitimation und, und, und. Und da ist es auch ärgerlich, wenn so ein Handy mal leer geht. Ich navigiere auch mit dem Handy, weil es immer aktueller ist als ein fest verbautes Navigationsgerät. Und so wird es Ihnen auch gehen. Und gerade beim Navigieren, auch beim Fahrrad, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, da braucht man wesentlich mehr Akku. Zumindest ist es bei meinem Handy so. Da kann man zuschauen, wie der Akkufüllstand leer ist. Und dann ist da irgendwo ein Akku wirklich leer. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Nehmen Sie einfach genügend Strom mit. Und wenn Sie da noch einen kleinen Kühlschrank anschließen wollen oder eine Musikanlage oder ähnliches, hilft Ihnen natürlich die 230 Volt Steckdose. Und das Ganze ist auch sehr, sehr beliebt beim Campern, weil man da eben auch mal ein Kleingerät mit 230 Volt anschließen will. Und bei diesem Preisvorteil, den wir hier haben im Herbstzähl, kann man jetzt ruhig zugreifen. Ich nehme es mal vorweg, bevor wir uns das anschauen. 200 Euro ist hier der schon günstige per LDE-Preis, um genau zu sein. 199,99 Euro. Und jetzt schauen Sie mal, was wir im Herbstzähl wieder möglich gemacht haben. Ja, 130 Euro weniger. Das ist unser Herbstzähl für Sie. So große Preisnachlässe hat es noch nie gegeben. Hier sehen wir den Perl.de-Preis. 199,99 Euro. Das ist ein sehr guter Preis für so eine Powerstation. Sie zahlen aber bei uns im Herbstzähl tatsächlich nur 69,99 Euro für diesen Tausendsasser, dass Sie nicht nur Ihre Handys, sondern sogar 230 Volt Geräte betreiben können. Das ist wie eine Powerbank mit einer Steckdose. Das ist unglaublich. Und das zu einem Preis, den man für eine mittelprächtige Powerbank normalerweise ausgeben sollte. Es ist wirklich unglaublich, dieses Angebot hier. Ein riesen Preisnachlass für Sie. Ich sage Ihnen schon mal, die Bestellnummer, das ist die ZX 9081 und die 569 in unserer Top 10. Der Platz Nummer 8. Der erste Artikel mit richtig viel Strom hier für Sie, wo Sie so viel Geld sparen können. Wie gesagt, 130 Euro. Das war Platz Nummer 8. Wir gehen jetzt ins Grüne und es kommt Platz Nummer 7. Ein Fahrrad für 499 Euro ist schon ein guter Preis. Aber wir haben hier sogar ein E-Rädle. Ja, ein elektrisch unterstütztes Fahrrad. Wir gehen nicht ins Grüne, wir fahren ins Grüne. Und Fahrradfahren liegt voll im Trend. Aber, wer mal so Prospekte angeschaut hat oder sich mal informiert hat, man bekommt hier auch mal E-Bikes oder E-Rädle oder Pedelecs für mehrere tausend Euro. Das ist keine Seltenheit. Und hier haben wir jetzt ein sogar klappbares Pedelec. Und das kostet gerade mal 499 Euro. Es sieht so schon toll aus. Beste Qualität. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie entdecken, dass wir eine 6-Gang-manuelle Shimano-Schaltung haben. Wir haben Sportfelgen. Wir haben, und das ist auch außergewöhnlich, den Akku im Rahmen verbaut. Das heißt, der Schwerpunkt liegt optimal. Wir haben schöne vorne und hinten Scheibenbremsen. Also das ist allerbeste Qualität. Aber vor allem in der hinteren Narbe verborgen ein Elektromotor, der Sie ohne große Kraftanstrengung, eigentlich ohne Kraftanstrengung, nur die Bewegung kommt von Ihnen, auf eine Geschwindigkeit bis zu 25 Stundenkilometer empor schießt. So möchte ich das schon fast sagen. Und so wird Fahrradfahren zum Kinderspielen. Sie wissen, Fahrradfahren verlernt man nie. Nur manchmal spielen die Knie oder die Hüfte nicht mehr mit. Oder der Hintern tut weh. Das ist hier ausgeschlossen. Der Sattel ist unglaublich gut gepolstert. Und wenn man drauf sitzt, ist das so ein Fun-Faktor, ein Riesen-Fun-Faktor. Und wenn Sie mal Fahrrad gefahren sind in letzter Zeit wieder, man entdeckt eine andere Welt als mit dem Auto. Die Welt sieht anders aus aus der Sicht eines Radfahrers als aus der Sicht eines Autofahrers. Und das werden Sie hier wieder bemerken. Klappbar. Das ist ganz einfach, um mit einem Handgriff werkzeuglos wirklich zusammenzufalten. Dann kann man auch den Startpunkt wählen. Auch als Städter kann man mal ein Stück ins Grüne fahren und sagen, da fahren wir heute los. Und natürlich auch herausragend gut geeignet für Camper. Das nimmt man mit auf den Campingplatz. Da hat man ja oftmals weite Wege zu den sanitären Anlagen oder zum Kiosk oder zum Einkaufen im nächsten Dorf. Und das macht man dann einfach mal mit dem Rädler hier. Und dieser Preis von 499,99 Euro, der lädt mit Sicherheit auch Sie dazu ein, an den Partner auch zu denken, gleich zwei zu kaufen. Die passen auch in den Mittelklasse-Pkw in den Kofferraum, beide nebeneinander. Und dann können Sie zu zweit mal wieder eine richtig schöne Radtour machen. Und jetzt bei den schönen Herbsttagen, die uns hoffentlich bevorstehen, ist das auch noch eine atemberaubende Landschaft, die man da entdeckt. Ich finde die Farben im Herbst so schön. Und was ich im Moment noch schöner finde, ist der Preis. Wir schauen auf den regulären Preis bei Pearl.de. Sie sparen 260 Euro. Bei Pearl.de 759,99 Euro, was schon eine Sensation ist für ein elektrisch unterstütztes Fahrrad. Sie werden das lieben. Bei uns im Herbstsail auf Platz Nummer 7 unser Club Pedelec. Nur 499,99 Euro. Dann können Sie auch mal wieder mit den Enkeln und mit den Kindern mithalten, wenn die, was weiß ich, wie schnell Ihnen davonfahren. Sie können in der Stadt mal eben Eis essen gehen, einkaufen gehen, müssen sich nicht mit Parkhäusern rumschlagen. Ich muss hoffentlich niemandem erzählen, wie toll es ist, Fahrrad zu fahren, an der frischen Luft zu sein. Unser Preis, 260 Euro unter dem schon günstigen Pearl.de-Preis, nur 499,99 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX8103 und die 569. Alles, was wir Ihnen hier zeigen, ist im Moment noch ablagerlieferbar. Das Fahrrad kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen. Holen Sie sich das. So einen Preis gibt es nie wieder. Das war unser Platz Nummer 7. Wir gehen jetzt wieder zurück zu Strom. Jetzt kommt Platz Nummer 6. Wie wäre es, wenn Sie sich selber mit Strom versorgen würden? Klingt kompliziert, klingt unglaublich teuer. Ist es nicht bei uns. Hier haben wir eine der wenigen Solaranlagen bei uns im Herbstsail, die noch verfügbar sind. Gerade das, und das zeigt auch, wie clever sie sind, verkauft sich gerade wirklich, wie sagt man so schön, wie warmes Brot. Warum? Ganz einfach, weil das die Energie der Zukunft ist. Und weil wir solche Preise, wie wir hier haben, noch nie hatten. Und das gilt auch für diese Anlage. Und das ist eine Solaranlage mit Hybrid-Inverter. Und das ist der Grundstock für Sie, wenn Sie sich eine eigene Strominsel bauen wollen. Also wenn Sie jetzt sagen wollen, ich will so eine On-Grid- oder Balkonsolaranlage, haben wir nachher auch noch eine im Sale. Aber da sind Sie hier falsch. Das ist, um einen eigenen Stromkreis aufzubauen. Man kann mit diesem System, wenn man möchte, und ich sage jetzt mal ein ganz extremes Beispiel, eine Berghütte auf dem Marathon ohne Kabel mit Strom versorgen. Und diese Anlage besteht aus sechs dieser Solarpanel, A380 Watt. Das heißt, wir haben hier eine Leistungsaufnahme von bis zu 2,28 Kilowatt pro Stunde. So, und dann kommt der Hybrid-Inverter. Und das ist eigentlich das Herzstück, das Steuermodul. Weil der macht es erst möglich, dass wir das so vielseitig einsetzen können. Und hier, um eine Strominsel zu bauen, gehört natürlich noch ein bisschen was dazu. Das haben wir teilweise auch noch in der Sendung. Und zwar ganz einfach ein Stromspeicher. Und dieser Stromspeicher, der speichert überschüssig produzierten Strom. Und Sie können jetzt einen eigens von Ihnen geschaffenen Stromkreis mit diesem Strom versorgen. Da haben wir gerade so einen Unterverteiler gesehen. Den kriegt man zum Beispiel in jedem Baumarkt für ein paar Euro. Und was ist dann die Folge? Sie können entweder ein Stockwerk, sage ich jetzt mal, oder ein Gebäude auf Ihrem Grundstück mit eigenem Strom versorgen. Ein guter Freund von mir hat dieses System installiert an seinem Schweinestall. Der ist schon seit Jahrzehnten kein Schweinestall mehr. Jetzt ist es ein Partykeller. Aber die Elektrik war aus den, ich schätze mal, 50er, 60er Jahren. Also heutzutage nicht mehr unbedingt tauglich. Und eine neue Installation wäre unglaublich teuer gewesen. Und er sagt da auch, nicht zeitgemäß. Und deshalb hat er dieses Solarpanel installiert und dann mit diesem Hybrid-Inverter einen Unterverteiler. Und über diesen Unterverteiler versorgt er diesen Schweinestall. Das ist eine Partyhülle. Und weil er nicht nur Party machen will, weil es hell ist, hat er eben diese Speicher dazu, die übrigens eine Doppelfunktion haben. Da komme ich nachher dazu. Wir haben einen passenden Speicher noch in der Sendung, an einer anderen Platzierung. Und dadurch ist er autark. Sollte der Speicher nicht mehr reichen, hat man jetzt noch eine dritte Option mit einem Notstromgenerator, einem Benzinmotor. Und dann würde man sich komplett autark mit Strom versorgen. Und das ist ein Traum von vielen, die sagen, ich möchte bitte eine unabhängige Stromversorgung, eine sogenannte Strominsel. Und dieses System hier ist die Grundlage dafür. Und das ist eben genial. Und noch genialer ist dieser unglaubliche Preis von knapp 1200 Euro für dieses riesengroße System. Das können wir sagen, bei 2,28 Kilowattstunden und natürlich dem Herzstück, diesem Hybrid-Inverter. Und wir schauen auch hier mal auf Pearl.de. Und dort ist der Preis, das können wir auch sagen, schon sehr günstig. Aber wir schlagen im Herbst-Sale wieder alles. 286 Euro preiswerter. Bei Pearl.de kostet diese Anlage 1485,99 Euro, bei uns 1199,99 Euro. Sie sparen 286 Euro bei dieser schon sehr respektablen, völlig unabhängigen Stromanlage, die sie mit Strom versorgt, der 100% Solarstrom ist und sie nichts kostet. Die Bestellnummer ist die MW 1012 und die 569. Die haben wir noch ein paar im Lager liegen. Nicht mehr viele. Und natürlich ist die Lieferung auch umsonst. Das kommt nicht mit den Postboten, das bringt Ihnen eine Spedition. Das war unser Platz Nummer 6, schon sehr, sehr beliebt. Aber wir haben jetzt schon die Hälfte rum. Jetzt kommt nämlich schon Platz Nummer 5. Ja, unglaublich. Wir haben sogar Balkon-Solaranlagen bei uns, muss man sagen, gehabt. Ein paar haben wir noch. Das ist eine, die wir noch haben, die Sie sich noch bestellen können, zu einem unglaublichen Preis. Ja, das war auch schon vor dem Herbst-Sale einer unserer Bestseller. Und deshalb haben wir auch noch ein paar auf Lager. Platz 5 ist zweigeteilt. Wir haben nämlich diese Anlage, die komplett identisch ist in zwei Farben. Und das erste ist die schwarze. Und Sie sehen, hier steht mal ein Auszug. Es ist also eine Anlage besteht aus insgesamt vier Solarpanelen a 100 Watt und dem Inverter, der bereits integriert ist. Das Besondere an dieser Anlage ist, dass sie wirklich schon fix und fertig verkabelt zu Ihnen kommt. Und nur noch Solarpanel aufhängen, Stecker in die Steckdose und schon arbeitet sie für Sie. Und das heißt, sie speist bis zu 350 Watt pro Sonnenstunde in Ihren Stromkreislauf ein. Und das heißt, der Grundstrom ist abgedeckt. Hier braucht man überhaupt keine Vorkenntnisse. Das Einzige, was man können muss, ist einen Stecker in die Steckdose stecken. Und dementsprechend einfach ist das. Und Balkonsolaranlagen sind in aller Munde. Mittlerweile über 600.000 installierte Balkonsolaranlagen sprechen da für sich. Und wenn wir jetzt noch auf den Preis schauen, eine komplette, fertig verkabelte Balkonsolaranlage für 159,99 Euro. Das ist eigentlich schon fast ein unmoralischer Preis. Wir schauen auch hier gemeinsam zu dem schon günstigen Preis auf Perlet. Da liegen wir bei 275,62 Euro. Das ist schon ein sehr, sehr guter Preis für eine 350 Watt Balkonsolaranlage. Aber wir haben noch mal 116 runtergenommen. Damit liegen wir bei 159,99 Euro. Hier bei der schwarzen mit der Bestellnummer MW 1253 und der 569. Gerade diese Balkonsolaranlagen, die wir im Herbstsale auch schon hatten, sind sehr, sehr schnell ausverkauft. Die hatten wir teilweise ein, zwei Tage auf Sendung. Dann waren die weg. Die haben wir noch verfügbar für Sie. Ich sage immer noch, weil diese Sendung wird sich nicht oft wiederholen. Dann kann ich Ihnen versprechen, beziehungsweise Sie werden bei einer Wiederholung hier einen roten Balken durch das Overlay sehen. Das heißt, dann ist sie nicht mehr verfügbar. Ihre letzte Chance hier für diese fantastische Balkonsolaranlage. Die große Frage ist immer, was brauche ich Platz? Das ist hier ganz einfach beantwortet. Eines dieser vier Solarpanel hat 70 mal 80. Und wenn Sie die jetzt hochkant stellen, haben wir 4 mal 7. Das heißt 2,80 Meter, die ich an Länge brauche. Und wenn wir so quer hinstellen, haben wir 4 mal 80, also 3,20 Meter. Das ist der Platzbedarf. Wobei ich noch mal ganz ausdrücklich betonen muss, Balkonsolaranlage, dieser Name, ist eigentlich nur als Vorschlag zu sehen. Sie können die auf dem Garagendach, auf einem Geländer, dort, wo Sie Platz haben, anbringen. Hauptsache, die kriegen Sonne ab. Und ein Stecker sollte im Umkreis von 5 Metern sein. Und dann können Sie hier Ihre Geldsparmaschine installieren. Und ich glaube, über die Amortisierung, wann sich das rechnet, brauchen wir überhaupt nicht mehr zu sprechen bei diesem Einkaufspreis. Also nochmal, der Preis bei uns 159,99 Euro. Holen Sie sich die. Die Bestellnummer ist die MW 1253 und die 569. Man kann seinen eigenen Strom erzeugen, ohne ein Elektrotechnikstudium absolviert zu haben, ohne Elektriker zu sein. Die wird einfach nur in die Steckdose gesteckt. Und dann haben wir die gleiche auch noch in einem schönen Silber. Gucken Sie, was bei Ihnen in der Fassade am besten hinpasst. Ja, Sie sehen jetzt, da haben wir den Rahmen, den silbernen. Das ist ganz links. Also die Technik ist genau die gleiche. Die kommen auch fertig installiert zu Ihnen. Das ist jetzt reine Geschmackssache. Soll es ein silberner Rahmen oder soll es ein schwarzer Rahmen sein? Ebenfalls vier Stück. Ebenfalls 100 Watt Leistungsaufnahme. Leistungsaufnahme, ebenfalls die Einspeisung von 350 Watt. Die sind auch nicht schwer aufzuhängen. Sie sehen das, die kann man ganz leicht handeln. Wichtig ist in diesem Punkt noch, wir können unter Umständen die 159,99 Euro noch mal reduzieren. Es gibt in vielen Landkreisen, beziehungsweise auch Bundesländern, gibt es noch Fördergelder. Aktive Fördergelder genau für solche Balkon-Solaranlagen. Da einfach mal nachfragen auf dem Rathaus oder im Landkreis anrufen oder schauen Sie mal im Internet nach Ihrem Landkreis. Und wenn Sie dann noch 50 oder 100 Euro Fördergelder bekommen, dann brauchen wir über die Kosten überhaupt nicht mehr zu sprechen. Es gibt so Momente und Angebote, wo ich sage, da ist man eigentlich selber schuld, wenn man nicht zugreift. Hier bei all unseren Herbstseilartikeln gilt das, zugreifend, solange die Möglichkeit noch besteht. Ich habe selber aus meinem Bekanntenkreis, habe mich jemand angerufen, hat gesagt, die eine Balkon-Solaranlage, die ihr hattet im Herbstseil, die hätte ich gern noch bestellt. Aber die haben ja gesagt, das ist ausverkauft, kannst du was machen? Dann sage ich, naja, wenn sie weg sind, kann auch ich nichts mehr machen. Ich kann nicht hexen. Ich kann Ihnen nur sagen, genauso wie ich es meinen Freunden sage, bestellt. Bestellt, solange es sie noch gibt. Und im Moment ist das eben der Fall. Also, diese Anlage ist exakt die gleiche wie die schwarze, 350 Watt, die gleichen Maße, die gleiche Energie, genauso einfach anzubringen hier. Und der Preis ist auch gleich, 159,99 Euro für die Silberness, die Bestellnummer, die MW 1254 und die 569. Eine eigene Balkon-Solaranlage für 159,99 Euro habe ich so noch nicht gesehen. Das ist Ihr Vorteil. Wir gewinnen Lagerplatz und Sie haben hier die Möglichkeit, unglaubliche Preise sich zu sichern. Aber Sie müssen wirklich schnell sein. Wir haben das gesehen in den letzten drei Wochen. Es lohnt sich hier wirklich schnell zu reagieren. Das war unser Platz Nummer 5. Wir machen nochmal weiter mit Strom. Wenn es mal eng wird mit Strom, kommt da Platz Nummer 4, wie gerufen. Wir haben ein Notstromaggregat oder auch Stromgenerator oder Stromgenerator-Inverter hier für Sie. Und da muss ich sagen, da haben wir einige vorgestellt im Herbst sehen und die Nachfrage ist so riesengroß. Ich kann mich auch daran erinnern, das ist jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Jahre her, da die Bundesregierung oder Teile der Bundesregierung uns Autonomalverbraucher, uns Bürger dazu aufgerufen, Eigenverantwortung zu zeigen. Am besten sollte jeder Haushalt ein Notstromaggregat besitzen. Jetzt bin ich mir sicher, dass sich jeder zu Herzen genommen hat, weil wenn man da mal schaut, was die kosten, kann es einem schon schwindlig werden. Aber ich bin mir auch sicher, dass viele Leute, die jetzt zum Beispiel gerade ein Hochwasser hinter sich haben, froh wären, sie hätten rechtzeitig reagiert. Und jetzt haben wir die Situation, dass es wirklich überall Hochwasser geben kann. Es gab auch dieses Jahr in Gebieten Hochwasser. Es waren Stromausfälle über Tage, teilweise über Wochen, wo man das nie damit gerechnet hat. Und wir haben jetzt Preise, dass sich sowas wirklich jeder kaufen kann. Das ist ein Invertergenerator, der mit Motorkraft es Ihnen möglich macht, 2000 Watt an Leistung zu erzeugen. Das heißt, Geräte bis 2000 Watt können Sie mit diesem Strom hier erzeugen. Und das Wichtige an Invertergeneratoren ist, also erstmal sind es Viertaktmotoren, Sie füllen ganz einfaches Benzin ein. Und Sie haben hier auch immer einen sauberen 230 Volt Strom. Das heißt, die Spannung schwankt nicht wie bei herkömmlichen Generatoren, sondern einen Invertergenerator, der erzeugt durch die Motorkraft Gleichstrom. Und der wird gewechselwandelt, das heißt ja Inverter in Wechselstrom und somit ist der stabil. Und noch ein Punkt spricht für Invertergeneratoren. Alle unsere Invertergeneratoren haben einen Drosselungsschalter, heißt auch ab und zu Eco-Schalter. Und wenn ich den zuschalte, dann merkt das Gerät, was ich gerade an Strom entnehme. Das heißt, die Drehzahl wird angepasst. Wir haben weniger Lärm, also weniger Geräusche und weniger Spritverbrauch. Und dementsprechend ist es dann sehr, sehr effektiv, weil man muss nicht immer Vollgas fahren, wenn man nur die Hälfte an Leistung braucht. Und aber bei diesem Preisniveau, da muss ich sagen, ist es jetzt auch ein Stromgenerator für jedermann. Übrigens auch USB-Anschlüsse, die dran sind, 12-Volt-Anschlüsse, also auch das mit Motorleistung. Und ich bin mir immer noch sicher, dass viele in Hochwassergebieten auch jetzt froh wären, wenn sie den Keller hätten selber auspumpen können. Und ich habe mit Erschrecken gelesen, dass in Baden-Württemberg für die nächsten Tage auch wieder Hochwasserwarnung rausgegeben wird. Also es scheint kein Ende zu nehmen. Und also bei uns hat man gestern auch ein bisschen Angst bekommen bei diesen Regenmassen, die es plötzlich runtergehauen hat und die Gewitter. Jetzt heute haben wir Sturm. Also ich weiß nicht, ob es da nicht auch mal wieder einen Windbruch gibt. Ich finde es auch sehr vernünftig. Ich meine, wenn so ein Gerät jetzt 500, 600, 1000 Euro kostet, dann überlege ich mir das zweimal. Aber für 200 Euro stelle ich mir das einfach in die Garage. Am besten noch ein Reservekanister nebendran. Und wenn dann mal Not am Mann ist, habe ich Strom. Und wenn Ihnen dann noch was einfällt, wo Sie den noch nutzen können, weil Sie ihn haben, dann ist es doch perfekt. Ich rede jetzt mal von einer kleinen Party, die Sie in einer Berghütte machen wollen. Bei 2000 Watt ist auch mal ein Durchlaufkühler, eine Musikanlage oder eine Beleuchtungsanlage voll. Oder wenn man mal irgendwo elektrisch arbeiten will, wo überhaupt kein Strom ist, dann ist das auch möglich. Sie denken bitte daran, ein Generator, auch ein Invertergenerator ist immer ein Verbrennungsmotor. Das heißt, er hat auch einen Auspuff mit Abgas. Die darf man nur in offenen Räumen, also nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Sie würden auch nicht mit dem Auto ins Wohnzimmer fahren und das offen lassen. Also das bedenken, Verlängerungskabel dran, dann den Strom dorthin legen, wo Sie ihn brauchen. Und den haben Sie dann, wenn Sie möchten, sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Ein unglaublicher Preis, 200 Euro, also 199,99 Euro. Bei uns, bei Pearl.de kostet der 488,99 Euro. Sie sparen 289 Euro, deutlich mehr als die Hälfte hier. Bei uns am Platz Nummer 4, diesen fantastischen Benzin-Invertergenerator, der Ihnen 2000 Watt Leistung liefert. Egal was passiert, Sie haben Strom. Mir fällt kaum ein Gerät bei mir zu Hause ein, was mehr als 2000 Watt braucht. Vielleicht mein E-Herd, aber ich glaube, das ist im Fall eines Stromausfalls meine geringste Sorge. Alles andere kann ich daran betreiben. Die Bestellnummer, muss ich Ihnen noch sagen, ist die ZX8101 und die 569. Sie sind auch einer der letzten, die wir noch haben von den Modellen. Alle anderen sind längst ausverkauft bei uns im Herbst. Wir machen weiter. Wir kommen aufs Treppchen. Es kommt Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 ist unglaublich doll reduziert für Sie. Es ist ein Energiespeicher, der zum Beispiel auch für unsere Hybridanlage geht. Wir haben die einzeln angeboten und das ist ein absolutes Produkt, was nicht jeder brauchen kann. Wir waren da ein bisschen skeptisch, weil es doch eine unglaublich enge Zielgruppe ist. Aber die Nachfrage ist unglaublich groß. Zwei dieser Akkus, die wir auch im Programm hatten, sind schon ausverkauft. Hier sind wir nahe dran. Das ist ein Speicher für eine bereits vorhandene Solaranlage, um den Akku vielleicht, vielleicht ist es noch ein alter Blei-Akku, auszutauschen. Aber auch ein Akku, der zum Beispiel für unsere Hybridanlage, die wir vorhin gezeigt haben, prädestiniert wäre. Ich sage kurz mal die technischen Daten. Wir haben 12 Volt, wir haben 150 Amperestunden Kapazität und wir haben 1920 Wattstunden, also 1,92 Kilowattstunden Kapazität. Mit bester Qualität, Lithium-Eisenphosphat-Akkus, unglaublich langlebig. Im Vergleich zu anderer Akkutechnologie sehr, sehr leicht. So, und wer jetzt weiß, dass er genau so einen 12 Volt Akku braucht, der sollte schnell zugreifen. Weil ich weiß, dass die selten unter 500 Euro kosten und oftmals sogar weit drüber und heute für 329,99 Euro in dieser Größe ist das einzigartig. Ich möchte aber nochmal auf unseren Platz Nummer 6 zurückkommen, zu unserer Solaranlage mit Hybrid-Inverter. Ich habe vorhin gesagt, zweiter Schritt hier, um sich autark zu machen, wären genau solche Stromspeicher. Und genau zu dieser Anlage würde er passen, nur bräuchten Sie hier zwei. Und das bitte ich auch zu bedenken in anderen Anlagen, die ähnlich veranlagt sind, weil dieser Hybrid-Inverter, der braucht 24 Volt an Betriebsspannung, um zu funktionieren. Und dementsprechend hat so ein Speicher eine Doppelfunktion. Die zwei Speicher versorgen den Hybrid-Inverter mit der Spannung, die er braucht. Gleichzeitig speichern Sie überschüssig produzierten Strom. Wie macht man aus 12 Volt 24 Volt? Wenn man zwei Geräte in Reihe schaltet und jetzt bleibt die Kapazität die gleiche, 1,92 Kilowattstunden, aber die Voltzahl erhöht sich, also addiert sich. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auch schon einen ähnlichen Speicher haben und der passt dazu, dann können Sie auch die Kapazität erweitern. Und indem Sie es dann parallel schalten, dann würde sich die Kapazität addieren. Das heißt, hier können Sie einfach zusätzlich nochmal fast zwei Kilowattstunden bekommen. Und wer sich mal im Stromspeicher mit je umgeschaut hat, der weiß, dass man für Stromspeicher ein Heidengeld ausgeben kann. Wie gesagt, so diese Größe, wenn man ganz, ganz viel Glück hat, mal um die 500 Euro, meistens 600, 700 Euro. Wir schauen auch kurz mal auf den jetzt im Moment aktuellen Pearl.de-Preis. Da liegen wir bei 544,53 Euro. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Das ist schon ein spitzen Preis. Wir haben 152 Euro runtergenommen. Sie zahlen nur 392,69 Euro. Auch der Speicher muss leer werden. Und unser Lärger mit diesem Speicher, auch der, das muss leer werden. Ihre einmalige Chance hier für diesen unglaublichen Preis. 392,69 Euro. Wenn Sie jemanden kennen oder sich mit Speichern beschäftigt, der vielleicht einen Camper hat oder eine Solaranlage, sagen Sie denen Bescheid. Das sind wirklich unglaubliche Preise. Die verkaufen sich unglaublich gut. Sie sehen das auch an der Platzierung hier. Platz Nummer 3. Du hast absolut recht. Wir dachten, ich weiß nicht, ob das auch gut läuft. Aber Platz 3 spricht für sich. Aber ich kann mir auch das vorstellen, gerade auch im Camping, also im Wohnmobil. Das sind oftmals Solaranlagen, die jetzt mal 10, 15 Jahre alt sind. Und damals wurden unter Umständen noch Bleiakkus eingebaut, die ein Rieseneigengewicht haben. Und auch die sind in der Kapazität dann irgendwann mal am Ende. Bei Lithium-Eisen-Fosfat-Akkus haben wir hier Tausende von Ladezyklen. Das heißt, die haben eine unglaubliche Langlebigkeit. Und sind auch wesentlich leichter als vergleichbare Bleiakkus. Und deshalb ist es dann vielleicht mal Zeit auszutauschen. Das wäre der Fall. Oder eben, wenn Sie so eine Insellösung planen als separaten Speicher. Perfekt hier im Zweierpack zu unserer Hybridanlage. Und das eben auch zum kleinstmöglichen Preis. Kleinstmöglicher Preis. Nochmal, hier ist der Pearl.de-Preis. Unser Preis nur 392,69 Euro. Sie sparen 152 Euro mit der Bestellnummer MW 1276 und die 569. Nein, wenn Sie den haben wollen, müssen Sie schnell sein. Gerade bei den hohen Platzierungen hier geht das ruckzuck, dass ein Produkt ausverkauft ist. Und dann ist unser Lager leer und wir können es nicht mehr liefern, egal wie wir uns drehen und wenden. Also Ihr Vorteil, aber Sie müssen schnell sein. Das war schon Platz Nummer 3. Wir machen weiter nochmal mit Strom auf Platz Nummer 2. Ja, wir hatten eben schon einen Benzin-Inverter-Generator. Jetzt haben wir noch einen. Das ist so das Luxus-Modell bei uns. Ja, hier haben wir wirklich die Premium-Variante. Und bei Platz 2 Nummer 1, das sind auch die zwei Herbst-Seel-Produkte, wo Sie den größten Preisvorteil immer im Vergleich zum schon günstigen Pearl.de-Preis haben. Ich möchte Ihnen bei diesem Inverter-Generator, den uns Diana jetzt gleich mal durch Studio tragen wird, auch schon mal den Preis auf Pearl.de nennen. 1.046 Euro. Und jetzt sehen Sie unseren Preis eingeblendet. 399 Euro. Sensation, ne? Und natürlich trägt Diana den nicht durch Studio, sondern sie fährt gegen unsere Solarpanel. Nein, Sie sehen, das ist eine Trolley-Funktion. Den kann man wirklich von A nach B transportieren. Aber ist natürlich auch wieder ein Inverter-Generator, ein Viertaktmotor mit knapp 6 PS. Also sehr, sehr leistungsstark. Und hier haben wir jetzt im Prinzip den Ersatz eines kompletten Stromkreises. Denn dieser Inverter-Generator ist im Dauerstrombetrieb in der Lage, bis zu 3.500 Watt an Leistung herauszugeben. Warum sage ich Stromkreis? Wenn Sie sich ein bisschen auskennen, wissen Sie, dass bei Ihnen zu Hause ein normaler Stromkreis, wie zum Beispiel die Küche, mit einer 16 Ampere-Sicherung abgesichert ist. Und das heißt, Sie haben eine Leistungsfähigkeit von 3.680 Watt in diesem Stromkreis. Und da sage ich, bei 3.500 sind wir ganz nah dran. Und wenn ich jetzt mal überlege, was ich alles in der Küche an Geräten habe. Diana, was hast du so alles in der Küche stehen? Zähl mal auf, sein und deine Elektrogeräte. Also auf jeden Fall mein Kühlschrank, dann meine Mikrowelle, mein Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mixer, Toaster, mein Lautsprecher, mein Handy lade ich auch da. Hast du auch noch Licht in der Küche? Natürlich Licht. Sogar zwei. Eine Lampe und ein Malenlicht. Also Sie sehen, das sind eigentlich unendlich viele Geräte, weil es ist immer so eine suspekte Zahl, 3.500 Watt, was ist das? Also außerdem, er hat eigentlich alles nur, dass Sie das mal sehen. Und damit können Sie das eben betreiben. Hier haben wir die Luxusversion, natürlich auch nochmal mit einem großen Tank, mit der Trolley-Funktion und auch mit einem Elektro-Starter. Das heißt, hier muss man nicht mal mehr am Zugseil zielen. Ist natürlich auch noch einer dran für den Notfall, falls der E-Starter mal versagt. Aber es gibt auch sogar noch eine Fernbedienung, da können Sie den auch so starten. Und das ist wirklich die Premium-Variante. Und wer sagt, wenn Notstromaggregat oder Notstromgerät, dann bitte Premium-Version. Dann sind wir hier genau richtig bei diesem Gerät. Das ist die Premium-Version. Und wenn Sie vorne sehen, da haben wir ja nicht nur die 230-Volt-Steckdosen, sondern auch USB-Anschlüsse, 12-Volt-Anschlüsse. Also damit könnte man auch mal einen längeren Stromausfall überleben, sage ich jetzt mal. Oder mal ein halbes Volksfest sogar mit Strom ausstatten. Also bei 3.500 Watt, da ist auch mal nicht nur der Bierkühler dran, da ist der Kühlschrank, da ist auch mal eine Fritteuse oder ein Elektrogrill und eine Musikanlage anzuhängen. Also auch das unglaublich leistungsstark zum kleinstmöglichen Preis. Ich hatte den Trollpreis vorhin schon erwähnt. Und wir schauen ihn uns aktuell in dieser Minute an. 1.046,99 Euro. Das ist der Preis für unseren Luxus-Benzin-Inverter-Generator. Aber Sie zahlen als Pearl-TV-Zuschauer 647 Euro weniger. Unser Preis ist 399,99 Euro mit der Bestellnummer ZX82 47 und der 569. Ja, Luxus, weil wir hier einen Elektrostarter dabei haben, weil wir so viel Leistung haben. Weil es ist natürlich ein schwerer Verbrennungsmotor, den Sie aber mit der Trolley-Funktion ganz einfach mit hin und her nehmen können. Und damit haben Sie immer Strom. Ob Sie Stromausfall haben, ob Sie mal irgendwo, wo es keinen Strom gibt, Strom brauchen. Diese Oktoberfest oder Party in der freien Natur klingt wirklich toll. Das geht jetzt alles. Für 399 Euro. Worauf warten Sie noch? Unglaublich unser Preis hier. 647 Euro weniger als bei den Kollegen von Pearl.de. Und denken Sie dran, den Preis kriegen nur Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Ja, das Schöne ist, wenn ich jetzt mal ein Sonderangebot irgendwo für Lebensmittel sehe, kann ich ja auch nicht unbegrenzte Mengen kaufen und sagen, lege ich jetzt mal hin, esse ich dann in einem Jahr. Das funktioniert bei den meisten Lebensmitteln nicht. Aber so einen Generator, den kann man auch mal kaufen für diesen Preis, für diesen einzigartigen Sonderpreis, wenn man gerade aktuell überhaupt keine Anwendung sieht. Man wird ihn öfter brauchen, als man denkt. Und man hat dann auch eine gewisse Stromsicherheit für sich und seine Familie. Da kommt natürlich auch wieder Porto und Versandkosten frei zu Ihnen. Stellen Sie ihn in die Garage. Ich sage mal, die nächste Gartenparty oder Seeparty kommt bestimmt. Und wenn es dann Sie mal überraschenderweise erwischen sollte mit Hochwasser und Strom ausfällen, dann sind Sie gewappnet. Wenn ich bedenke, ich habe die Bilder noch im Kopf aus dem Saarland, vor allem haben da ganz viele Menschen gesagt, sowas haben Sie noch nie erlebt und Sie wohnen schon 50 Jahre in diesem Ort und mit dem hätten Sie auch nie gerechnet. Und dementsprechend kann man sagen, es kann mittlerweile überall passieren. Diese Starkregen haben wir alle mitbekommen. Und deshalb ist es nie ein Fehler, sich ein klein wenig um Vorsorge zu kümmern. Und hier geht es eben um die Stromversorgung, die damit gesichert ist. 399,99 Euro ist unser Preis hier bei Pearl TV mit der Bestellnummer ZX 8247 und der 569. Damit haben Sie immer Strom, egal was um Sie herum passiert. Das war unser Platz Nummer 2, unglaublich beliebt. Uns hat sehr überrascht, was Platz Nummer 1 ist. Aber es ist ein tolles Angebot, auch hier wieder, wo Sie so viel Geld sparen können. Und es gibt viele Leute, die das brauchen können. Seien Sie gespannt auf unseren Platz Nummer 1. Ja, es geht nochmal um einen Energiespeicher, aber der ist so riesengroß. Ja, und da sieht man, er steht neben Diana und Diana wird Ihnen gleich mal zeigen, der riesengroße hier. Und das ist wirklich ein ganz großer Mannspeicher. Und wir dachten ja auch am Anfang, das ist eigentlich zu speziell, ja, da erkennt man gar nicht, für was man das brauchen kann. Und wenn Sie jetzt sagen, für was ist das, dann werden Sie ihn wahrscheinlich auch nicht brauchen. Aber viele suchen genau so etwas. Es ist ein Wandspeicher, ich sage mal kurz die trockenen Daten. Wir haben hier 48 Volt Betriebsspannung und eine Kapazität, und jetzt wird es ganz interessant, von 4,8 Kilowattstunden. Also fast 5 Kilowattstunden. Der ist für unsere große Hybridanlage, also für eigenständige Insellösungen, ist das ein perfekter Stromspeicher. Aber er kann auch an On-Grid-Anlagen angeschlossen werden. Das weiß ich. Allerdings muss man aufpassen, es gibt On-Grid-Anlagen, die ausschließlich ins Stromnetz Strom liefern können. Und dann hat man einen Vertrag, da verkauft man überschüssigen Strom. Aber viele haben sich gerade in den letzten Monaten, sage ich mal, eine große Solaranlage, eine On-Grid-Anlage installieren lassen, mit der Option, Stromspeicher zwischenzuschalten. Und wenn Sie so eine Anlage haben, dann holen Sie sich diesen Stromspeicher. Ich habe mit mehreren gesprochen, die genau diese Option haben. Die sagen, Ihnen ist angeboten worden, 7,5 Kilowattstunden für 3.500 Euro. Das ist jetzt kein irgendwohergeholt, das ist ein ganz aktuelles Angebot. Und hier sind wir bei fast 5 Kilowattstunden für 800 Euro. Man kann sogar zwei oder auch mehrere hier parallel schalten und dann erhöht man nochmal diese Kapazität. Das heißt, in dem Fall hätten wir 10 Kilowattstunden für 1.600 Euro. Und sowas ist ein traumhaftes Angebot. Bitte, wenn Sie sich unsicher sind, erkundigen Sie sich erst, ob dieser Wandspeicher bei Ihrer Anlage möglich wäre. Ja, 48 Volt Betriebsspannung und dann natürlich auch diese 4,8 Kilowatt, aber die Größe, die Kapazität spielt dann eigentlich keine Rolle. Und dann ist es auch wieder ganz einfach anzubringen an der Wand, anzuschließen an Ihr System. Das lassen Sie bitte einen Elektriker machen, aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Und dann werden Sie viel Freude daran haben. Das sind Lithium-Eisenphosphat-Akkus mit einer unglaublichen Langlebigkeit. Hier spricht man von 6.000 Ladezyklen. Und 6.000 Ladezyklen heißt 6.000 mal leer machen und wieder auffüllen, leer machen und wieder auffüllen. Und wenn man das mal durchdenkt, wenn man das tagtäglich einmal machen würde, wären das 15 Jahre Dauerbetrieb und dann ist er nicht kaputt, dann ist er vielleicht noch bei 80 Prozent der Kapazität. Das heißt für weitere 15 Jahre immer noch genügend Speicherkapazität. Aber hier müssen Sie schnell sein. Auch dieser Wandakku wird uns buchstäblich aus den Händen gerissen. Und wenn Sie, das möchte ich jetzt auch noch mal erwähnen, wenn Sie jetzt sagen, ich brauche so etwas nicht, aber ich kenne jemanden, der das braucht, dann unbedingt den anrufen. Weil viele dieser unglaublichen Angebote sind bereits ausverkauft. Wir haben ein intelligentes Batteriemanagement-System. Das Ganze ist auf Wunsch auch noch WLAN-fähig und es ist allerbeste Qualität. Und dieser Preis, wer sich mal erkundigt hat, wer sich ein Angebot hat machen lassen für Stromspeicher in dieser Qualität, wird es wissen, dieser Preis ist nicht mehr zu unterbieten. Und deshalb kann ich nur sagen, rufen Sie schnell an, wenn Sie so etwas gesucht haben. Ja, reden wir mal über den Preis. Bei uns 799,99 Euro, bei Pearl.de 1389,07, was schon unglaublich ist, für fast 5 Kilowattstunden. Sie sparen bei uns, weil Sie Pearl TV schauen, 590 Euro. Wie gesagt, wir haben auch hier begrenzte Kapazitäten. Das heißt, wenn das Lager leer ist, wenn wir es geschafft haben, mit unserem Herbstsail alles zu verkaufen, dann ist der weg und Sie kriegen den nicht mehr bei uns. Und wo Sie auch gucken, Sie werden ihn nicht zu diesem Preis finden. Kann ich mir, habe ich noch nie gesehen, diesen Preis hier. 799,99 Euro für einen 4,8 Kilowattstunden Speicher mit 48 Volt. Genau, ich möchte nur noch eine Bitte loswerden. Jetzt nicht einfach, oh, vielleicht brauche ich Ihnen bestellen. Wir möchten natürlich auch Rücksendungen vermeiden. Also wir möchten nicht, dass Sie jetzt bestellen, weil ich sage, ist billig. Und nachher sagt Ihr System, der Elektriker, der es installiert hat, passt bei Ihnen nicht, fragen Sie den. Bitte einmal nachfragen, passt das bei mir. Und dann schnell ans Telefon und dann bestellen, weil dann freuen Sie sich auch richtig drüber. Es wäre ja ärgerlich, wenn jetzt eine Spedition vor die Haustür kommt, Ihnen das ausrät, Ihr Elektriker kommt extra und sagt dann, April, April geht nicht bei Ihrer Anlage. Also nochmal, die Eckdaten, die Sie wissen müssen, das Wichtigste ist 48 Volt Betriebsspannung. Die Kapazität fast 5 Kilowattstunden, 4,8 Kilowattstunden. Und wenn Sie das Ihrem Elektriker in dem Fall sagen, passt das bei mir, dann rufen Sie an. Oder wenn Sie sich sicher sind, dass das bei Ihnen passt, dann rufen Sie sofort an, weil dieses Angebot wird, das hat unser Computer errechnet, maximal noch drei Tage halten. Also drei Tage haben Sie Zeit, aber das ist immer so eine Pi mal Daumen, das kann auch nach zwei, das kann nach vier Tagen zu Ende sein, unser Kontingent. Und deshalb so schnell als möglich bestellen, weil dieser Preis ist absolut, was Speicherqualität angeht, einzigartig. Und ich freue mich riesig, dass Sie das als Pearl TV Zuschauer erkannt haben. Unser Platz Nummer 1 für diesen unglaublichen Preis hat die Bestellnummer MW1130 und die 569. Nochmal, 4,8 Kilowattstunden, 48 Volt, das sind die Zahlen, die Sie im Kopf haben müssen, wenn Sie checken, ob das bei Ihnen passt oder nicht. Die Bestellnummer ist die MW1130 und die 569. Der kommt natürlich versandkostenfrei zu Ihnen, kann in wenigen Tagen bei Ihnen sein. Unser Herbstsale ist so erfolgreich, wenn Sie anrufen, bitte, bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Und wenn Sie es bestellen wollen online, dann gehen Sie zu pearl.tv, das gibt es nicht bei pearl.de, das gibt es, meine ich, nirgends anders, diese Preise in unserer Top 10 von verfügbaren Produkten aus unserem fantastischen Herbstsale.